er ist jetzt hier sind eigentlich noch als agressiv jahre also er hat die Limo dreht um die Limo hat Inseln umgedreht ne Limo ist an uns vorbeigefahren hat Inseln umgedreht genau die genau die die muss mit den willst du die mir nicht auf den Sack ja und aus dem Fahrzeug darf er nicht aus dem Fahrzeug heraus darf man nicht kohlen lest dieses Gesetz durch von der Insel sie sind Polizei kommt Wechselstraße sollte ich fahre einfach zur Tanke mach ich auch wir steigen mit Waffen aus wir steigen mit Waffen aus du hast aus dem Fahrzeug gecallt das zählt nicht meine Fresse willst du gleich zum Start gehen vor Gericht gehen willst du gleich den Inselverweis oder nachher wie ist das Gesetz mein Freund der ist Kopp ja und er darf trotzdem nicht aus dem Fahrzeug kohlen darf er nicht du darfst trotzdem nicht aus dem Fahrzeug kohlen wachmeister und weiß die Regeln nicht ja ich bin schon länger hier als ihr trotzdem ok dann gib mal den Ausweis her dann gib mal Ausweis naja komm so ein Spast alter da